Sehr geehrte Frau Botschafterin, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, meine sehr geehrten Damen und Herren, soeben hieß es in einer Liedzeile, dass man nur zuhören müsse und alles würde sich ändern. Das sind sicherlich zu hohe Erwartungen an meine Rede, aber dass sich Veränderungen erreichen lassen, wenn man nur will, das ist sicher ein gutes Motto für den heutigen Abend. In zwei Tagen begehen wir den Internationalen Frauentag. Am 8. März 1911 wurde er zum ersten Mal begangen. Seitdem steht dieses Datum sinnbildlich dafür, sich nicht abzufinden oder in die Verhältnisse zu fügen. Keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte, forderte Klara Zetkin ein Jahr zuvor auf dem Zweiten Kongress der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen. Es ging um das Recht zu wählen und die Teilhabe an politischer Macht. 103 Jahre, so lange kämpfen Frauen sichtbar Jahr für Jahr für gleiche Rechte, für Anerkennung und Emanzipation. In diesen 103 Jahren ist unglaublich viel erreicht worden. Frauen dürfen wählen, sie haben verfassungsmäßig verankert die gleichen Rechte wie Männer und dürfen wegen ihren Geschlechts nirgendwo in Europa diskriminiert werden. Die Gleichstellungspolitik, die Verwirklichung tatsächlicher Gleichstellung gehört heute selbstverständlich zu den staatlichen Aufgaben. Das sind große Errungenschaften von mutigen Vorkämpferinnen, die bei allen Kämpfen, die auch noch heute notwendig sind, schwierigere Bedingungen für ihren Kampf hatten. Heute stehen wir auf diesen Schultern vieler Riesinnen. Heute stehe ich auf diesen Schultern dieser Riesinnen und ich bin dankbar dafür und es ist mir Verpflichtung, aber auch Ehre zugleich diese Idee in meinem neuen Amt fortsetzen zu können. Und deshalb gilt es, dieses Erbe zu bewahren und bei den Antworten auf die Fragen von heute darauf zu achten, dass sie auch auf der Höhe der Zeit sind. Und deshalb möchte ich gerne diesen Internationalen Frauentag heute Abend mit Ihnen feiern, mit Ihnen gemeinsam daran erinnern, was ist erreicht worden, aber vor allem darüber sprechen, was habe ich, was haben wir vielleicht gemeinsam noch vor, aber gleichzeitig auch den Arm nutzen, ins Gespräch zu kommen, zu Netzwerken und auch Leichtigkeit an den Arm zu legen. Denn bei allem Kampf sollte die Leidenschaft, aber vor allem auch die Fröhlichkeit dabei nicht vergessen werden. Und welcher Ort könnte dafür besser passen als jenes Ministerium, in dem viele motivierte Frauen und Männer für die Gleichstellung in Deutschland arbeiten? Gleichstellung ist nicht allein mit Gesetzen zu erreichen und deshalb sind alle gesellschaftlichen Kräfte nötig. Unternehmerinnen und Unternehmer, Verbände, Gewerkschaften, Initiativen, jede und jeder Einzelne. Und deshalb freue ich mich sehr auf die riesengroße Resonanz auf meine Einladung. Unser Haus platzt heute Abend buchstäblich aus allen Nähten. Wir sind auf zwei Etagen gegangen, wir mussten sozusagen auf zwei Etagen ausweichen. Meine Rede wird in einem weiteren Saal übertragen, aber den anschließenden Empfang, wo wir noch enger zusammenrücken können, werden wir dann gemeinsam begehen können. Und deshalb heiße ich Sie alle hier, aber auch an den Bildschirmen im anderen Saal ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich möchte Ihnen auch herzliche Grüße von zwei Frauen übermitteln, die hier an der Hausspitze fest an meiner Seite stehen. Ich freue mich, dass sich Elke Ferner und Karin Marx aus dem politischen Leben in Berlin bekannt als starke Frauenpolitikerin, dass ich sie beide gewinnen konnte, mich hier als Ministerin zu unterstützen in ihrer Funktion als parlamentarische Staatssekretärin. Und wie könnte es anders sein, als für die beiden Frauen? Anstatt zu feiern, machen Sie gleichzeitig natürlich mitten in unserem Thema weiter. Elke Ferner ist gerade in New York und Frau Marx begeht hier vor Ort in Deutschland diesen Festtag. Deshalb ganz herzliche Grüße und ich bin mir sicher, dass Ihre Wege sich noch in weiteren Terminen kreuzen werden. Aber Frauen alleine stemmen dieses wichtige Thema nicht und deshalb freue ich mich auch, dass ich an der Hausspitze einen Mann an meiner Seite habe, meinen Staatssekretär Ralf Kleindieck, den ich schon bei den Gleichstellungsministerkonferenzen als damals engagierten Staatssekretär in Hamburg erleben konnte. Und ich darf hier aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war immer zuständig für Kompromisse zwischen der A- und B-Seite. Und Ralf Kleindieck war derjenige, der gerade bei der Gleichstellungspolitik immer ein Hardliner war und gesagt hat, darauf können wir uns doch jetzt nicht einlassen. Und insofern können alle, denen die Gleichstellungspolitik am Herzen liegt, und das sind sie ja alle, sonst wären sie heute Abend nicht hier, sich darauf verlassen, dass ich auch einen Mann in der Hausspitze habe, der dieses Thema sehr, sehr ernst nimmt, wie ich schon selbst erfahren durfte. Ich begrüße ganz herzlich Ralf Kleindieck, der im anderen Saal ist und dankenswerterweise dort die Aufgabe übernommen hat, die Gäste zu begrüßen. Vor allem möchte ich mich aber bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinem Haus bedanken. Sie wissen, wir sind in den ersten 100 Tagen. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Wir arbeiten auch schon an den ersten wichtigen, großen Projekten, zu denen ich noch kommen werde. Und trotzdem ist es gelungen, in dieser kurzen Zeit diesen Empfang hier auf die Beine zu stellen. Und Sie wissen sicherlich selbst aus Ihren Tätigkeiten, was das bedeutet. Und deshalb vielen Dank an meine engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ihr das alles hier so toll auf die Beine gestellt habt. Und ich freue mich auch sehr, dass uns eine Frau und ein Mann heute Abend musikalisch begleiten. Ich hatte mir überlegt, was können wir machen, sozusagen, dass auch die Kultur hier gut zu Wort kommt. Und ich wollte Ihnen nicht antun, selbst zu singen. Und ich wollte Ihnen vor allem eine weitere Frau aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Schwerin, vorstellen, die ihr Glück in Berlin sucht. In einer anderen Sparte im Bereich der Kultur. Sie ist Sängerin und Schauspielerin, war viele Jahre am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Und ich persönlich war sehr traurig, als es hieß, dass sie nach Berlin geht, weil ich dachte, oh, dann werde ich sie weniger in Schwerin sehen. Aber umso mehr freue ich mich, dass sich unsere Wege wieder hier kreuzen und ich sie jetzt hier in Berlin hören kann. Sie hat unter anderem den Walter-Johmann-Chanson-Preis beim Bundeswettbewerb für Gesang gewonnen, wie Sie sicherlich auch schon eben hören konnten, zu Recht. Und wir werden auch noch am Ende etwas hören. Und ich freue mich sehr, liebe Jana Kühn, dass du und deine Begleitung heute da sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein politischer Kompass wird von einem Dreiklang bestimmt. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Diese Werte leiten mein politisches Handeln. Und diese Werte sind für mich auch Grundlage bei der Gleichstellungspolitik. Für mich ist Gleichstellung ein zentrales Gerechtigkeitsthema, weil die gleichberechtigte Teilhabe von Lebenschancen für beide Geschlechter eine Grundvoraussetzung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Und für mich ist auch die Gleichstellung ein zentrales Thema der Solidarität. Eine Gesellschaft kann nämlich nicht solidarisch sein, wenn ein Geschlecht keine guten Chancen hat, wenn einem Geschlecht Aufstiegschancen und Beteiligung nicht möglich ist. Und für mich ist Gleichstellung auch ein zentrales Freiheitsthema, weil es darum gehen muss, Abhängigkeiten zu verhindern. Denn nur der oder die, die selbstbestimmt leben kann, ist wirklich frei. Für mich ist deshalb Gleichstellung eine Frage von gesellschaftlichem Fortschritt. Sie ist nicht nur so ein Frauenthema, so ein Wohlfühlthema, sondern sie ist ein echtes zentrales gesellschaftspolitisches Thema. Denn es wird nur Fortschritt geben, wenn wir der gesetzlichen Gleichstellung, die ja in unserer Verfassung schon sehr gut ist und sogar mit politischer Unterstützung untermauert ist. Es wird diesen Fortschritt nur geben, wenn diese gesetzliche Gleichstellung auch eine tatsächliche Gleichstellung im Leben für Männer und Frauen wird. Und ich gehe noch weiter. Für mich hängt die Fähigkeit einer Gesellschaft, die Fragen der Zukunft zu entscheiden, zu lösen, zu meistern, entscheidend davon ab, wie gleichberechtigt Frauen und Männer zusammenleben und arbeiten und diese Entscheidung treffen. Gleichstellungspolitik ist damit entscheidend für eine moderne und innovative Gesellschaft. Und auf dieser Flughöhe möchte ich die Debatte über Gleichstellung und Gleichstellungspolitik in unserem Land führen. Sie ist eine Debatte, die ganz wesentlich die Zukunft unseres Landes bestimmt. Als ich 1974 geboren wurde, gab es in der Bundesrepublik noch die absurdesten Regelungen. Zuerst war diese Bundesrepublik leider noch gespalten. Das haben wir schon geschafft zu überwinden. Aber damals, 1974, gab es in Westdeutschland Regelungen. Die Frau musste bei der Hochzeit zwingend den Namen des Mannes annehmen. Das wurde erst drei Jahre später geändert. Laut bürgerlichem Gesetzbuch hatte die Frau auch die Pflicht, den Haushalt zu führen. Und ab 1975 durften Frauen in der Bundeswehr endlich eine Offizierslaufbahn beginnen. Aber nur beim Sanitätsdienst, weil es da schon Fachkräftemangel gab. Aber 1991 wurde die Laufbahnmöglichkeit erweitert für den Musikdienst in der Bundeswehr. Ich bin in dem Teil Deutschlands aufgewachsen, der gleichstellungspolitisch auch kein Schlaraffenland war. Auch wenn es vielleicht in Ostdeutschland eher üblich war, dass Männer und Frauen beide gearbeitet haben. Das war aber sicherlich keine Entscheidung, dass das Politbüro der SED getroffen hat, um die Gleichstellungspolitik voranzubringen. Das kann auch gar nicht deshalb sein, weil zumindest bis zu meinem Geburtsjahr nie ein einziges weibliches Stimmberecht des Mitglied in diesem Politbüro saß. Also die Bedingungen waren auch nicht wirklich besser. Ich habe mir nach 1974 die nächsten Jahre jedenfalls als Kind darüber natürlich überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit meinem Bruder, wo meine Mutter und mein Vater beide arbeiten gingen. Das wäre auch gar nicht anders gegangen, alleine vom Einkommen her. Es war aber auch einfach schlichtweg normal, jedenfalls für mich und meine Eltern, dass beide arbeiten waren, dass beide den Haushalt geschmissen haben und ich hatte auch bis heute nicht das Gefühl, dass es mir so richtig schlecht bekommen ist, dass ich mit neun Monaten in die Krippe kam. Darüber können sich aber alle selbst noch ein Bild machen. Besonders war es für mich auch normal, dass als meine Mutter ein Fernstudium machte, mein Vater sich in dieser Zeit, an diesem einen Tag, es war oft der Mittwoch, um uns kümmerte, auch am Abend. Und im Übrigen fand ich das ziemlich gut, weil dann gab es endlich Bratkartoffeln. Das war das Einzige, was mein Vater konnte und wir fanden es sehr lecker. Erst später habe ich natürlich die Erfahrung gemacht, dass eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern nicht selbstverständlich ist. Als nach der Wende viele junge Frauen aus meiner Generation ihr Glück in Westdeutschland suchten, weil es bei uns zwar Kita-Plätze gab, aber keine Arbeit, ging eine Schulfreundin von mir nach München und als sie dann dort einen guten Job bekam, eine gute Ausbildung, einen guten Job und dann relativ schnell heiratete und Kinder bekam, beklagte sie sich immer an den Telefonaten, die wir dann endlich führen konnten, weil dann gab es auch Telefone, dass sie wieder unbedingt arbeiten gehen will, aber es nicht möglich ist. Dann habe ich gefragt, und warum nicht? Weil sie keinen Kindergartenplatz bekommt. Ich rede da nicht über Krippe, sondern das war noch Kindergartenplatz. Und ich habe es schlicht nicht wirklich verstanden. Bis dahin hatte ich es nicht verstanden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es eine Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur gibt, die eben ermöglicht, dass auch vor allem Mütter, aber auch Väter arbeiten gehen können und die natürlich auch gleichzeitig Bildungseinrichtung für die Kinder sein sollten. Später dann, als ich mich als Kommunalpolitikerin in Schwerin engagiert habe, war ich vor allem auch verantwortlich für das Thema Gewalt gegen Frauen. Wir hatten ein Frauenhaus sehr frühzeitig nach der Wende in Schwerin, dank der dortigen Gleichstellungsbeauftragten und dem Frauennetzwerk. Und dieses Frauenhaus stand natürlich immer wieder finanziell zur Debatte. Und da klingte ich mich parteiübergreifend mit vielen anderen Frauen ein, um natürlich dieses Frauenhaus auf finanziell sichere Füße zu stellen. Und eine Begegnung, die ich dann nach einigen Monaten mit den Frauen vor allem hatte, die dort gewohnt haben, hat mich sehr geprägt. Es war dann eine Begegnung mit einer jungen Frau, die dann schon nicht mehr im Frauenhaus wohnen musste, die mir von ihrer Gewaltspirale zu Hause berichtete, die bis dahin führte, dass auch das Kind aus der Familie genommen werden sollte. Und die gesagt hat, sie wusste lange nicht, dass es dieses Angebot gibt. Als sie davon erfahren hat, hat sie noch lange gezögert, davon Gebrauch zu machen, aus den Gründen, die sie kennen, von Scham und Angst. Und als sie dann endlich diesen Schritt gegangen ist, hat sie immer wieder gedacht, warum hast du das nicht eher getan? Sie lebt heute in einer eigenen Wohnung mit ihrem Kind, hat eine Ausbildung nachgeholt, hat einen Job und fühlt sich frei. Dank diesem Engagement dieser Frauen dort vor Ort. Und das hat mir gezeigt, wie wichtig gute Frauenpolitik ganz konkret vor Ort ist. Es gibt noch viele andere Begegnungen, aber die haben mich natürlich geprägt. Auch unter anderem die eigenen persönlichen Erfahrungen, dass man noch beim Abi und beim Studium denkt, das ist jetzt ein freies Land. Für mich war das ab dem Abi so nach der Wende. Du kannst alles erreichen. Du kannst reisen, wohin du willst. Du kannst ein gutes Studium machen. Du hast einen Job. Du verdienst dein eigenes Geld. Du hast eine eigene Wohnung. Du musst nicht jeden Mann nehmen, der dir über den Weg läuft. Also man denkt, ist frei und versteht nicht ganz so die Feministinnen, wenn sie immer sagen, da muss noch eine ganze Menge getan werden. Spätestens wenn man in der Arbeitswelt ankommt, versteht man, was sie meinen. Da sieht man, dass die Jungs neben einem, die nicht besser waren, um es mal freundlich auszudrücken, irgendwie schneller vorankommen. Und spätestens dann, wenn man sich für Kinder entscheidet, spürt man, dass man sich fragt, geht das überhaupt? Klappt das überhaupt? Und dass man vor einer Urentscheidung steht, die eigentlich nicht mehr in das 21. Jahrhundert passt, nicht mehr in das Jahrhundert, wo wir zum Mond fliegen können, wo wir eine friedliche Revolution geschafft haben, dass da immer noch die Entscheidung steht, Kind oder Job, Kind oder Karriere. Und dass diese Entscheidung ganz maßgeblich auch von der Partnerwahl abhängt. All diese persönlichen Dinge haben mich geprägt und haben dazu geführt, aber vor allem die vielen engagierten Frauen und Männer um mich herum, die gibt es auch in diesem Bereich und deswegen grüße ich auch ganz herzlich die Männer, die heute Abend anwesend sind. All diese Begegnungen und Erfahrungen haben dazu geführt, dass ich mir eben die Frage gestellt habe, warum ist das eigentlich so? Dass es diese gleichberechtigte Teilhabe als Grundfest in unserer Verfassung gibt, aber nicht in der Wirklichkeit. Und wenn man dann anfängt, sich mit Statistiken und Zahlen zu beschäftigen, den Blick aufs ganze Land und auch sich europaweit anschaut, stellt man fest, wie viel es noch zu tun ist. Und das treibt mich an, Politik für die Gleichstellung von Frauen und Männern zu machen. Und 103 Jahre nach dem ersten internationalen Frauentag haben wir es noch mit einer ganzen Reihe von Baustellen zu tun. Mein Ziel ist es, die realen Sorgen und Probleme aufzunehmen, Antworten zu entwickeln und die Gleichstellungspolitik zu einem meiner Schwerpunkte zu machen. Gleichstellungspolitik wird nicht allein mit klassischen gleichstellungspolitischen Maßnahmen gelingen. Vielmehr gibt es im Leben von Frauen und Männern Brüche, Entscheidungsphasen und Momente des Übergangs. Ich habe ja noch gar nicht alle mitgemacht und deshalb weiß ich, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. An all diesen Stellen entscheiden sich oft Lebenswege. Die Weichen werden in eine bestimmte Richtung gestellt. Und ich will genau an diesen Stellen die richtigen Rahmenbedingungen für eine moderne Gesellschaft mitgestalten. Und was heißt das nun genau? Worauf kommt es bei einem politischen Ansatz an, der die Lebensphasen von Menschen in den Blick nimmt und alle möglichen Einflussfaktoren auf das Zusammenleben von Frauen und Männern betrachtet? Lassen Sie mich Ihnen einige Beispiele nennen. Frauen konzentrieren sich trotz besserer Schulabschlüsse immer noch auf wenige Ausbildungsberufe, die oft auch dazu führen, dass es schlechte Verdienstchancen und Aufstiegschancen gibt. Und bei der akademischen Ausbildung eher auf die geisteswissenschaftlichen Studiengänge. Und wenn Frauen dann mal eine Naturwissenschaften studieren, dann eher Humanmedizin oder Biologie. Und meist werden die von Frauen gewählten Berufe eben schlechter bezahlt als die sogenannten Männerberufe. Der Fahrstuhl nach oben hängt fest. Eigentlich geht es sogar schon vor dieser Berufswahl los. Es geht schon wirklich im Kindesalter los. Das wissen alle, die sich mit dem Thema geschlechterspezifische Förderung von Kindern beschäftigen. Und auch hier habe ich eine persönliche Erfahrung gemacht. Mein Mann und ich beide eben aufgewachsen, dass eigentlich beides geht und dass man nicht so ganz in Rollenstereotypen festhängt. Ja, leben das natürlich auch meinem Sohn vor. Aber auch wir können es nicht verhindern, dass er konfrontiert wird mit alten Rollenbildern. Und als er vier wurde, also vor drei Jahren, bekam er ein tolles Quiz geschenkt. So was machen wir immer gerne. Wenn wir auf der Autobahn sind, unterwegs sind, da muss man sich ja mal viel einfallen lassen, die Kinder bei Laune zu halten. Ansonsten wird die eigene Laune schlecht. Und ich habe mich gefreut über das Spiel. Er auch. Tausend Fragen für ein Kind mit vier. Ich habe mir diese Karten aufgehoben, weil ich sie dann irgendwann teilweise aussortiert habe. Sie werden auch gleich verstehen, warum. Da gab es ganz, ganz tolle Fragen, die ich selbst spannend fand. Wie nennt man einen Anlegeplatz für Schiffe? Hafen, Garage, Hangar, Friedhof? Womit? Genau, dann gab es, fand ich, auch noch eine ganz spannende Frage. Wie heißt das Beuteltier, das auf Bäumen lebt und sich von Eukalyptus ernährt? Coca-Cola, Coyote, Kakerlake? Da kann man ja noch vielleicht was dazulernen. Aber dann gab es natürlich in diesem pädagogisch wertvollen Kinderquiz ab vier Jahre. Wie heißt das Küchengerät, das deine Mutter zum Kochen braucht? Man hatte die Wahl zwischen Herd, Spüler, Kühlschrank, Radiowecker. Womit macht deine Mama die Wäsche glatt? Oder womit befestigt deine Mama die Wäsche an der Leine? Ich erspare Ihnen die Antworten und es soll eine lustige Veranschaulichung sein, wie sozusagen auch die Rollenbilder ganz normal im Alltag unserer Kinder noch gepflegt werden, selbst wenn man bemüht ist, in pädagogischen Konzepten das aufzubrechen. Mein Sohn ist jetzt sieben und gerade in die Schule gekommen und Sie können sich vorstellen, dass ich mit Argus-Augen darauf gucke, wie die Fibeltexte gestaltet sind. Aber es geht, muss ich sagen. Also da fängt es eigentlich schon an und geht dann bei der Berufswahl weiter und hat dann eben Folgen für die ganze Lebensperspektive. Und darum geht es. Es hat Folgen für das Erwerbseinkommen und später auch für die Rente. Mit schlecht bezahlten Jobs erwerben Frauen auch geringere Rentenansprüche. Das macht deutlich, dass die frühe Entscheidung in einer frühen Lebensphase Auswirkungen hat in allen anderen Lebensphasen, die danach kommen. Aber selbst wenn Frauen dann in vermeintliche Männerdomänen eindringen, ist der Weg in die obersten Führungsetagen häufig versperrt. Wenn der Fahrstuhl mal nicht hängt und das kommt sehr oft vor, fährt er eben auch nicht bis ganz nach oben. Auch das hat wieder Folgen. Wenn die Frau weniger verdient, wird sie eher die Familienarbeit übernehmen, weil der Verlust ihres Einkommens besser kompensiert werden kann als das Einkommen des Mannes. Und es ist eine Frau länger aus dem Beruf draußen, dann kommt sie auch schwerer wieder hinein. Das alles sind wichtige Erkenntnisse des ersten Gleichstellungsberichtes der Bundesregierung, der sich für die Lebenslaufperspektive stark macht. Und ich werde diesen Bericht aus der Schublade holen und als Grundlage für mein politisches Handeln nutzen. Klar ist dabei, dass es nicht die eine einzige Maßnahme gibt, die die Gleichstellung vollenden wird. Es sind viele Eingriffe und viele Stellen nötig. Rollenbilder bei der Berufswahl von Frauen müssen aufgebrochen werden. Aufstiegschancen müssen verbessert werden. Die Lohnunterschiede zu Männern müssen verringert und damit ein auskömmliches Einkommen und später eine Rente ermöglicht werden. Wir brauchen gute Modelle, Familie und Beruf partnerschaftlich miteinander zu vereinbaren. Und dabei geht es mir nicht um Bevormundung und die Verordnung von Leitbildern. Aber es geht eben auch nicht nur um Wahlfreiheit. Ich habe Respekt vor jeder Lebensentscheidung, aber ich will nicht, dass diese Entscheidungen erkennbar in Sackgassen führen. Entscheidungen in einer bestimmten Lebensphase dürfen nicht die Türen zu anderen Wegen zumachen. Wir brauchen Wendemöglichkeiten. Und deshalb muss Gleichstellungspolitik den gesamten Lebensverlauf, alle gesetzlichen Regelungen und gesellschaftlichen Konventionen in den Blick nehmen. Da gibt es eine ganze Menge zu tun und ich würde den auch wichtigen Teil unseres Abends miteinander ins Gespräch kommen, sich es auch gut gehen lassen, jetzt vermasseln. Wenn ich über alles reden würde, dann würden wir nämlich sehr, weil wir sehr, sehr viel zu tun haben. Aber ich möchte wichtige Schwerpunkte, die uns gerade in den nächsten Monaten gemeinsam und Jahren beschäftigen werden, herausgreifen. Erstens, ich will mich für bessere Chancen von Frauen am Arbeitsmarkt einsetzen. Das ist in meinen Augen der Schlüssel für gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern. Dazu gehört die Beseitigung der Lohndiskriminierung. Frauen verdienen immer noch 22 Prozent weniger als Männer. Dazu muss zum einen die indirekte Lohndiskriminierung beseitigt werden. Die entsteht durch die mangelnde Möglichkeit von Beruf und Familie, die leider immer noch bei den Frauen hängt. Dazu komme ich noch. Dazu gehört, dass wir endlich die typischen Frauenberufe besser bezahlen, zum Beispiel die Berufe in der Pflege. Deswegen gibt es keine Männer dort, weil Männer gar nicht für solche Arbeitsbedingungen und für solche Löhne hauptsächlich arbeiten würden. Deswegen setze ich sehr auf die Pflegereform der Bundesregierung, die dazu führen muss, dass mehr Zeit und bessere Bezahlung der Pflegefachkräfte dabei rauskommt. Und wir müssen vor allem auch diese Berufe aufwerten und dafür sorgen, dass die sogenannte Teilzeit, die gut ist, wenn man sie braucht, in bestimmten Phasen des Lebens, keine Sackgasse ist, sondern dass wir ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit bekommen. Und auf der anderen Seite müssen wir aber die direkte Lohndiskriminierung beseitigen, die es immer noch gibt. Und deshalb bin ich froh, dass wir uns im Koalitionsvertrag vereinbart haben, hier gesetzliche Regelungen auf den Weg zu bringen, die ich gemeinsam mit Andrea Nahles verabreden werde. Das ist vielleicht auch ein guter Schritt für gute Gleichstellungspolitik, dass ich vorhabe und auch solche Minister an meiner Seite habe, zum Beispiel mit der Arbeitsministerin, gerade in diesen Bereichen Dinge auf den Weg zu bringen. Es kann nur zusammengehen, wenn wir was für die Frauen erreichen wollen. Es geht bei der Frage indirekte Lohndiskriminierung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie immer noch um das Hauptthema, wie kann das gelingen, obwohl vielleicht schon einiges passiert ist in den letzten Monaten. Dazu gehört zum einen, dass der Ausbau der Kinderbetreuung weiter vorangetrieben wird in der frühkindlichen Bildung, aber auch weiter in der schulischen Bildung für die Vereinbarkeit, aber natürlich auch für gute Bildungschancen unserer Kinder. Wichtig ist hier, dass es nicht nur um die blanke Statistik und die Zahl von Plätzen geht, sondern auch um Qualität. Da sind wir schon auch wieder bei der Aufwertung von typischen Frauenberufen, Stichwort Erzieherin, aber es geht auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie darum, dass wir endlich über die reden, die die Kinder bei dem Thema brauchen und die auch die Frauen brauchen, nämlich die Väter. Kinder haben auch Väter und die müssen in dieser Debatte vorkommen und viele wollen auch gerne vorkommen. Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die ich als Schlüssel für moderne Familienpolitik und als Teil moderner Gleichstellungspolitik nicht als Ersatz sehe, für diese Vereinbarkeit gehören Mutter und Vater zusammen, gedacht und zwar über den Schlüssel der Partnerschaftlichkeit. 60 Prozent der Paare mit kleinen Kindern wünschen sich eine Partnerschaftlichkeit bei der Herkulesaufgabe Familie und Beruf zusammen zu bekommen. Leider gelingt es nur 14 Prozent der Paare, diesen Wunsch auch in die Tat umzusetzen. Und deshalb möchte ich mit einer modernen Gleichstellungspolitik diese Partnerschaft stärken, weil sie ist Schlüssel. Ziel der Gleichstellungspolitik kann es ja nicht sein, dass den Frauen auf einmal alles möglich ist. Alle guten Berufe, alle Verdienstchancen, alle Aufstiegschancen, aber gleichzeitig volles Programm mit den Kindern, volles Programm mit den pflegebedürftigen Angehörigen und möglichst noch ehrenamtliches Engagement und noch den Haushalt schmeißen. Das ist nicht Ziel von moderner Gleichstellungspolitik. Ziel ist, diese Teilhabechancen zu haben am Arbeitsmarkt. Aber die Aufgaben, die man auch hat im Bereich der Erziehung, im Bereich des Ehrenamts, im Bereich der Pflegebedürftigen Familie, im Bereich der Kinder und im Bereich des Haushalts, die beanspruchen wir nicht zu 100 Prozent. Das wollen wir uns gerne teilen mit den Männern. Und darum geht es, um die Partnerschaftlichkeit. Und es wird nur gelingen, den Frauen mehr gleichberechtigte Teilhabe anzubieten, wenn die Männer auch die Chance bekommen, Zeit für Familie zu haben. Und die Zahlen zeigen, dass sich das auch viele wünschen. Nicht jeder Mann wünscht sich, am Haushalt beteiligt zu werden. Eine Psychotherapeutin hat in einem guten Zitat berichtet, dass wenn die Frauen mit Burnout zu ihnen kommen, immer sagen, ich bin erledigt, ich kriege das nicht mehr hin, ich bin geschafft, ich habe kein Auge mehr für die Familie, ich schaffe meinen Haushalt nicht mehr. Sie hat gesagt, sie hat noch nie einen Mann in ihrer Therapie gehabt, weil er sich krank fühlt, weil er den Haushalt nicht schafft. Also da gibt es noch einiges sicherlich zu tun. Aber es gibt viele Männer, gerade die jungen Männer von heute, die sagen, ich möchte als Vater nicht nur zum Gute-Nacht-Kuss zu Hause sein. Ich möchte auch Zeit für Familie haben. Und wir wissen, dass wir eine Arbeitswelt haben, die das den Männern schwer macht. Die Arbeitswelt macht den Frauen den Einstieg in die Arbeitswelt schwer und die Arbeitswelt macht den Männern den Ausstieg oder die Reduzierung von Arbeitszeit schwer. Und das bringt ein doppeltes Problem für jedes Paar. Und deshalb möchte ich eine Arbeitswelt, die familienfreundlicher wird, nicht die Familien dürfen unter dem Druck stehen, immer arbeitsfreundlicher zu werden. Und deshalb muss die Partnerschaft gestärkt werden, in der beide arbeiten gehen können und Zeit für Familie hat, in der beide Zeit für ihre pflegebedürftigen Angehörigen haben und eine Partnerschaft, in der eben nicht die Hausarbeit nur an einer hängen bleibt. Und ich möchte, dass Familien wieder diese Zeit miteinander verbringen können und echte Partnerschaft möglich wird. Und deswegen will ich nach Wegen suchen, um die Arbeitswelt flexibler zu gestalten. Noch in diesem Jahr will ich Projekte auf den Weg bringen, die dafür sorgen, dass diese Balance zwischen beruflichen Herausforderungen und familiären Herausforderungen besser gelingen kann. Durch eine flexiblere Elternzeit, durch ein Elterngeld Plus und auch gemeinsam mit Andrea Nahles mit dem Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Wenn wir ein partnerschaftliches Lebensmodell konsequent Wirklichkeit werden lassen wollen, sind auch andere Maßnahmen unabdingbar. Und wie Sie mitbekommen haben, gehöre ich nicht zu den Sozialdemokraten, die wegen einer Vision zum Arzt gehen, sondern ich gebe sie in die Mitte der politischen Diskussion. Ich halte es für wichtig, dass wir genau darüber reden, wie es möglich ist, die Zeit in der Familie für Arbeit und für Familie miteinander aufzuteilen. Die Zeit der sogenannten Raschauer, wo alles auf uns zukommt, wo wir fünf Kinder kriegen sollen, um den demografischen Wandel aufzuhalten, wo wir für unsere pflegebedürftigen Eltern da sein sollen, wo die Männer noch Fußballtrainer sozusagen ehrenamtlich sein sollen. Ja, und wo wir natürlich alle als Fachkräfte 40 Stunden plus zur Verfügung stehen sollen. Diese Zeit zusammen zu bekommen, gelingt nur, wenn wir bereit sind, die Arbeitszeit zwischen Männern und Frauen anders zu verteilen, dass sie sozusagen auf eine Balance kommt. Das ist die Idee der Familienarbeitszeit. Ich freue mich, dass Gesine Schwan heute da ist, Sie und viele andere, wir arbeiten längst an diesen Ideen. Es lohnt sich, für diese Idee zu streiten. Es geht nicht sofort darum, mit Steuergeld Füllhorn auszuschütten, sondern es geht darum, sich diesem Problem, was Familien ganz konkret haben und was ein Schlüssel für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern ist, sich dem zu stellen, sich zu widmen und darüber zu reden, das möchte ich mit Ihnen gemeinsam tun. Ich möchte aber auch, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen haben. Ich möchte die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen in Führungspositionen voranbringen. Und das ist keine Luxusdiskussion, wie uns gelegentlich eingeredet wird, jedenfalls denjenigen, die alle für verbindliche Regelungen streiten, sondern in den obersten Etagen von Politik, von Wirtschaft, von Wissenschaft, von Verwaltung, werden Entscheidungen getroffen für Millionen von Frauen in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Und dann kann es nicht sein, wenn dort die Entscheidungen getroffen werden, dass dort kaum Frauen beteiligt sind. Deshalb ist es richtig, die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in diesen Führungspositionen konsequent einzufordern. Wenn wir auf die Wirtschaft schauen und die 200 größten Unternehmen in Deutschland sehen, dann sind von über 2000 Aufsichtsratsmitgliedern 325 weiblich und neben knapp 900 Männern sitzen gerade mal 40 Frauen in den Vorständen. Und gäbe es nicht die Seite der Arbeitnehmervertretung, dann wäre es noch weniger. Auch hier muss ich an meinen Sohn denken, der jetzt am Sonnabend seinen siebten Geburtstag feiert mit acht Kindern, zwei Jungs und sechs Mädchen. Und wenn ich die Mädchen sehe, dann begegnen mir ganz fitte, kluge Mädchen, die ganz genau wissen, was sie wollen. Und ich weiß schon heute und habe meinen Sohn darauf auch schon moralisch vorbereitet, dass die ihm sowieso seine Pläne für seinen Kindergeburtstag durchkreuzen wollen, weil sie werden, weil sie wissen, was sie wollen, weil sie wissen, wohin sie wollen. Und wahrscheinlich werden diese Mädchen nicht nur die Grundschule besser abschließen, sondern auch später zum überwiegenden Teil Abitur machen, studieren. Aber wenn wir so weitermachen, wie in den letzten über zehn Jahren, dann werden nicht später in den Führungsetagen zwei Männer und sechs Mädchen sitzen, sondern sieben Männer und eine Frau. Und deshalb möchte ich, dass sich das ändert. Und ich danke allen, die in den letzten Jahrzehnten, kann man ja sagen, für die Idee von verbindlichen Regelungen, für die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen auch in Führungsetagen gekämpft haben. Das ist kein leichter Kampf, der geht auch immer weiter mit allen Vorurteilen, die wir uns da um die Ohren hauen lassen müssen. Aber dieses, dieser lange Kampf hat dazu geführt, dass es möglich war, in den Koalitionsverhandlungen durchzusetzen, dass wir endlich den ersten gesetzlichen klaren Schritt in diese Richtung machen. Wir werden ein Gesetz auf den Weg bringen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen. Mein Kollege Heiko Maas und ich gemeinsam, der vor allem drei Bereiche regelt. Erstens eine verbindliche Quote, eine feste Quote für Aufsichtsräte in allen vollen Mitbestimmungspflichtigen und Börsen notierten Unternehmen für alle Neubesetzungen ab 2016 in Höhe von 30%. Das betrifft ungefähr 120 Unternehmen in Deutschland. Zweitens die verbindliche Quote, die in der Höhe von den Unternehmen selbstbestimmt werden darf, für alle Aufsichtsräte, Vorstände und oberste Führungsetagen der Unternehmen, wo die feste Aufsichtsratsquote gilt, aber vor allem auch weiterer Unternehmen und zwar der Mitbestimmten und der Mitbestimmten und Börsennotierten, das sind dann alle Unternehmen zwischen 500 und 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die die feste Quote in den Aufsichtsräten nicht gilt. Und der dritte Bereich, wir wissen, dass sich der Bund da, wo er Selbstbeteiligung hält, nicht mit Ruhm bekleckert und deshalb wollen wir natürlich, dass wir nicht Vorschriften der Wirtschaft machen, die wir selbst nicht einhalten und auch den öffentlichen Bereich besser regeln. An den Leitlinien für dieses Gesetz arbeiten wir, damit wir dann in die Diskussion der konkreten Umgesetzung und Gestaltung, die ja auch praktisch gut funktionieren soll, uns ranmachen können sozusagen. Da wird es noch viele Diskussionen geben, auf die freue ich mich, die Argumente sind bekannt, wir können sie weiter austauschen, aber ich sage ganz selbstbewusst an dieser Stelle, die Frauen sind heute besser ausgebildet, fitter denn je und deshalb brauchen wir nicht diese Quote, sondern deshalb haben wir das Recht, genau diese Quote einzufordern. Und ich bin sicher, dass die Quote in der Arbeitswelt etwas verändern wird, denn ein höherer Anteil von Frauen und Führungspositionen hat konkrete Auswirkungen auf Entscheidungen in allen Ebenen darunter und deshalb wird es eine Kettenreaktion geben und ich möchte dafür sorgen, dass endlich der erste Dominostein fällt. Ein dritter Punkt, der mir besonders wichtig ist, ist der Kampf gegen Gewalt gegen Kinder und Frauen. Wir haben gestern alle die EU-Studie gelesen und mich hat sie, obwohl ich mich jetzt seit vielen Jahren mit diesem Thema beschäftige, trotzdem enorm erschrocken und entsetzt. Ein Drittel der Frauen sind von Gewalt betroffen. Unfassbar. In ganz Europa sind 62 Millionen Frauen Opfer von Gewalt. Wenn man sich einmal diese 62 Millionen Frauen in einem Staat denkt, dann wäre es der drittgrößte in Europa. Und erschreckend ist noch eine weitere Nachricht, dass zwei Drittel dieser Frauen es niemandem gesagt haben, geschweige denn eine Anzeige erstattet haben. Und viele, die sich mit dem Thema auskennen, kennen auch die Gründe aus Scham, aus Angst, weil oft die Schuld, die Scham eher bei der Betroffenen liegt anstatt beim Täter. Und deshalb ist es so wichtig, das Thema häusliche Gewalt aus der Tabuecke zu holen, die Hilfsangebote bekannt zu machen. Und vor einem Jahr wurde in diesem Haus ein gutes Angebot aufgelegt. Das Hilfetelefon, was rund um die Uhr besetzt ist. Und wir wissen, dass es auch gut angenommen wird. Aber es ist noch zu wenig bekannt. Und unser Ziel muss sein, dass die Frauen, die Opfer von Gewalt sind, sich schnell Hilfe holen können. Und deshalb bitte ich Sie, machen Sie mit mir gemeinsam dieses Hilfetelefon noch bekannter, damit wir Frauen an die guten Beratungsnetzwerke, die es vor Ort gibt, die ihre Probleme haben. Das weiß ich auch. Das werden wir auch sicherlich noch zum Thema machen. Aber die gibt es schon. Und da sind Frauen und Männer, die helfen. Und es ist so wichtig, dass wir die Beratungsangebote bekannter machen. Und hier bitte ich Sie um Unterstützung. Es geht neben dem Thema häusliche Gewalt auch um Gewalt und Ausbeutung in der Prostitution. Das wird uns auch noch in diesem Jahr stark beschäftigen. Es geht darum, schärfer gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution vorzugehen. Es geht aber auch darum, in der legalen Prostitution, die nicht verboten werden soll oder unter Strafe gestellt werden soll. Aber hier zur Regelung zu kommen, dass endlich Schluss damit ist, dass im wahrsten Sinne des Wortes auf Rücken der Frauen unter den widrigsten Umständen Geld gemacht wird von anderen und diese Frauen enorm ausgebeutet werden. Es kann nicht sein, dass in Deutschland jede Pommesbude besser geregelt ist als eine Prostitutionsstätte. Hier wollen wir Regeln vor, Regelungen vorschieben, die dafür sorgen, dass Frauen besser geschützt sind in der Prostitution. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind einige von wichtigen Vorhaben, die ich angehen und umsetzen will. Und dafür benötige ich auch Ihre Unterstützung. Sicherlich werden wir in den kommenden Jahren nicht in allen Themen immer gleicher Meinung sein. Aber ich finde, hier sollte auch die Idee der gelebten Partnerschaft gelten. Und ich möchte Ihnen meine Partnerschaft anbieten. Ich möchte Partnerin für diese gleichstellungspolitischen Themen sein. Dafür stehe ich zur Verfügung. Und zu einem Frauentagsempfang gehören auch rote Rosen. Rosen sind seit den Anfängen ein Symbol der Frauenbewegung. Brot und Rosen war eine der ersten Streikparolen in den USA. Dabei stand Brot für das Recht auf Arbeit, gerechte Entlohnung und die gleichen Aufstiegschancen. Themen von heute. Und Rosen waren schon damals das Symbol für die Möglichkeit, mit Kindern zu leben und berufstätig zu sein. Für familienfreundliche Arbeitszeiten sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen in der Kindererziehung und Hausarbeit. Sie sehen, die Themen sind aktueller denn je. Ich habe eben drüber gesprochen. Brot und Rosen ist auch der Titel dieses Liedes, eines Liedes aus der Anfangszeit der Frauenbewegung. Dort heißt es in einer Zeile, drum kämpfen wir ums Brot und wollen die Rosen dazu. Das Brot gibt es gleich beim Flygenbuffet und die Rosen sollen jetzt für Sie, für uns gemeinsam regnen. Ich wünsche uns viel Kraft für die Idee einer gleichberechtigten Teilhabe von Männern und Frauen, für den Kampf dafür. Ich wünsche mir die Leidenschaft, die wir dafür mitbringen müssen. Aber ich wünsche mir auch, dass wir das auch mit Leichtigkeit und Fröhlichkeit tun können. In diesem Sinne uns allen einen schönen Abend und jetzt die roten Rosen für Sie. Applaus Musik 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 Musik